Der neue La Strada Avanti XL Allrad ist ein ideales Reisemobil für Exkursionen abseits asphaltierter Wege. Die zusätzliche Traktion eignet sich aber auch bestens zum Ziehen von bis zu drei Tonnen schweren Anhängern. Ideal für Menschen mit anspruchsvollen Hobbys wie Reiten, Segeln oder Motorsport. Der Avanti XL überzeugt vor allem durch seine kompakten Maße. Er ist knapp sechs Meter lang und nur rund zwei Meter breit. Das macht ihn flexibel, wendig und schnell. Geliefert wird er mit einem 2,3 Liter Motor mit 130 oder 148 PS. In der Höhe überragt der XL den kleinen Bruder Avanti L um 24 Zentimeter. Das macht ihn zum kompakten Stauraumwunder. Etwa dank der zahlreichen Fächer im beheizten Doppelboden. Oder durch die große stabile Schublade im Heckstauraum. Sie trägt bis zu 50 Kilogramm Beladung. Zwei Campingstühle und ein Tisch finden hier ausreichend Platz. Darüber ist immer noch ausreichend Stauraum für anderes Gepäck. Im vorderen Bereich die Sitzgruppe für vier Personen. Ausgestattet mit zwei Dreipunktgurten lassen sich Rückbank und Sitzfläche in vier Positionen arretieren. Zum Beispiel mit zurückgelegter Lehne und vorgerückter Sitzfläche für den Wohnbetrieb. In der Mitte die Küchenzeile. Ein Dreiflammenkocher mit Piezozünder erfreut den Küchenchef genauso wie die Auszüge unter Herd und Spüle. Mit an Bord ein 80 Liter Kühlschrank mit automatischer Energiewahl und eine ausklappbare Arbeitsfläche. Der Avanti XL ist ein komplett ausgestattetes Reisemobil für zwei Personen. Ein komfortables Doppelbett im Heck mit einem Froli-Tellerfedersystem und einer Kaltschaummatratze sorgt für erholsamen Schlaf. Über zwei Flügeltüren ist nebenan das kompakte Bad mit Toilette und Waschgelegenheit zugänglich. Wer in den Bergen oder am Meer auf Sand, Matsch oder Schotter unterwegs ist, der kann sich auf den permanenten Allradantrieb verlassen. Die 4x4-Visco-Kupplung verteilt die Kraft automatisch auf das Rad mit dem meisten Grip. Die Bodenfreiheit wird um 15 Millimeter an der Vorderachse und um 23 an der Hinterachse angehoben. Bilanz? Der Avanti XL Allrad überzeugt mit seinen kompakten Maßen bei zugleich großem Stauraumangebot, der gewohnt guten Verarbeitungsqualität von La Strada und der enormen Traktion auf fast jedem Untergrund.